Leise, leise, sanft und weit, töt' die Weise, höre die Zeit. Mein Name ist Michael Dumas, ich bin Mitglied bei Canto Sonor, ein Männerquartett. Streng nur mal ein Quintett, denn wir leisten uns den Luxus eines Pianisten. Aber im Quartett, also von Vieren, bin ich der Bass. Wir selber singen und probieren das aus, worauf wir Lust haben. Wir geben auch offen zu, manchmal probieren müssen und denken uns, das ist ein schönes Stück, aber wahrscheinlich doch nicht so ganz für uns. Es gibt so viel Literatur, wir haben die Qual der Wahl. Wir haben aber herausgefunden, wir kommen schon gut an, wenn es ins Amüsante, Witzige, bis hin zu Satirisch und Bitterböse geht. Aber nicht nur, wir singen auch ganz, sagen wir, getragene, elegische Sachen. Als Opernsänger kann man das besonders gut ausfüllen. Angefangen hat es 2009. Da haben wir uns das erste Mal getroffen bei den Festspielen Erl und unser Pianist arbeitet seit ungefähr zwei Jahren mit uns. Ich glaube, dass es für ältere Leute was dabei ist, dass auch für junge Leute was dabei ist. Es sind populäre Songs, es sind Evergreens, es sind Volkslieder dabei und Eigenkompositionen. Wir sind ja alle freiberuflich Sänger, Opernsänger und der Florin hat jetzt eine Dozentur am Mozarteum als Klavierbegleiter. Somit proben wir dann, wenn wir Zeit haben, Lust drauf haben wir eigentlich immer, weil das ist immer sehr lustig mit uns. Will dann mein Lächeln sein, will dann mein Lächeln sein. Das ist immer, wenn wir Zeit haben, ist immer, wenn wir Zeit haben, ist immer, wenn wir Zeit haben. Wenn wir Zeit haben, ist immer, wenn wir Zeit haben, sind wir then. Immer kurz.